Tja, es ist mir wieder soweit. Ho, ho, ho. Weihnachtsgrüße von Mille. Ich wünsche all meinen Verwandten, Bekannten, Kumpels, der Foristen der Tipp-Gemeinschaft Trotto, ein frohes Weihnachtsfest. Und in diesem Sinne, weil ich nicht weiß, ob ich das zwischen den Tagen schaffe, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für dieses wünsche ich euch natürlich am meisten die beste Gesundheit. Passt auf euch auf und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Klaren Moment und nun Feierabend.